Herzlich Willkommen bei Frankenspalter. Heute würde ich euch gerne ein Entfernungslasermessgerät vorstellen von Bosch Professional mit der Bezeichnung GLM 30. Das Messgerät ist ein klein und leicht kompaktes Gerät. Das ist Staub- und Spritzwasser geschützt und es ist einfach zu bedienen mit einem Finger. Die Stanze wird auf der ersten Position angezeigt. Auf der zweiten Position ist die Memory-Funktion und auf der dritten Position wird die Stanze automatisch aufaddiert. Das Gerät funktioniert mit normalen Batterien, AAA-Batterien und es kommt mit einer Schutzhülle zusätzlich. Es ist einfach zu verstauen, handlich und praktisch und geht in jeder Hosensack. Das Gerät ist einfach. Vielen Dank.